Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Test. Letzte Woche kamen unfassbar viele Spiele mal wieder raus. Dieses Jahr ist unglaublich, was das angeht, gerade für Leute, die japanische Spiele feiern. Und Sandland solltet ihr dabei auf keinen Fall übersehen. Wir starten direkt mal rein. Zu Sandland gibt es gar nicht so eine Hintergrundgeschichte, die ultra kompliziert ist, wie bei anderen vielen JRPGs, die ich hier auf diesem Kanal getestet habe. Das wichtigste und auffallendste bei Sandland ist wohl, dass dieses Spiel auf einer Kurzgeschichte von Akira Toriyama basiert. Auf diesem Manga nämlich, Akira Toriyama hat in seiner Manga-Cut-Zeit der Dragon Ball Schöpfer und Dragon Quest Charakter-Designer, den ihr vielleicht kennen könntet, hat im Laufe seiner Karriere ziemlich, ziemlich viele Mangas rausgebracht, die so kleine Geschichten sind und in so einem One-Shot nennt man das bei Mangas, wenn es halt nur so in einem Band abgeschlossen ist und nicht so eine riesenlange Serie wie in Dragon Ball ist oder so. Das spannendste ist dabei wohl, dass das Videospiel eins der letzten Werke von Akira Toriyama ist, an dem er mitgearbeitet hat. Wir wissen natürlich nicht, woran er noch gearbeitet hat. Vielleicht kommt ja irgendwas Besonderes von Dragon Ball raus, wo er dann noch mitwirken durfte, bevor er verstorben ist, leider. Das war auf jeden Fall eine traurige Nachricht, gerade für viele Dragon Ball Fans und für mich auch im Zuge dessen, darüber habe ich schon in der Vorschau ein bisschen gesprochen. Gleichzeitig ist aber auch vor kurzem noch der Sandland Anime rausgekommen. Der ist aktuell auf Disney Plus schaubar und da habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Ich bin erst bei Folge 5 oder so, also ich bin noch nicht ganz durch. Mir wurde aber gesagt von Banai Namco, dass es ein paar Elemente im Spiel gibt, die es im Anime tatsächlich nicht gibt und generell finde ich spannend, dass so ein One-Shot-Manga in ein ganzes Universum verwandelt wird. Und ich bin total froh, dass wir hier was frisches Neues bekommen und gerade bei so einem Schonen ist es ja auch gang und gäbe, dass viele Spielestudios die aktuellen Fighting Games umwursteln, also in Kampffspiele, wo einfach eins gegen eins oder mehrere gegen mehrere. Aber ich freue mich sehr, dass wir neben One Piece Odyssey auch jetzt eben Sandland bekommen in einer sehr schönen Optik, wie ich finde. Worum geht es bei Sandland eigentlich? Dazu kommen wir jetzt während der Geschichte. Alles dreht sich um Beelzebub, der Prinz der Dämonen und Sohn Lucifers, der allerdings nun mit sehr viel Mühe mit seinen Dämonenfreunden in dieser heißen dystopischen Wüste überlebt. Seit der Fluss ausgetrocknet ist, leiden nämlich alle Bewohner unter der Dürre, während der König Wasserration nur begrenzt verkauft. Eines Tages spürt ihn aber der Kriegsveteran und Sheriff Rao auf, um Beelzebub von einer legendären Quelle zu erzählen, die diesen Fluss vielleicht sogar zurückbringen kann. Beelzebub packt sich also seinen schlauesten Dämonen schief, der gar nicht so richtig mit möchte und zusammen machen sie sich auf, ein spannendes, langes Abenteuer voller Twist und abgedrehter Charaktere zu erleben. Woher kommt eigentlich meine Faszination mit Wüsten und geht es noch irgendwem von euch so? Aber generell muss ich sagen, ich mag dieses Setting total gerne. Ich finde es total spannend, dass wir hier einen One-Shot haben, den man quasi auf ein Universum ausbreitet. Wenn ihr den Manga gelesen habt, dann gestaltet sich die Geschichte schon linear nach dem Manga auch, aber es schweift hier und da mal ab. Es gibt natürlich super viele Nebenquests, ein paar neue Figuren, die da mit reinkommen und ich mag, dass einfach die Atmosphäre des Manga genommen wurde, dieses Dystopische und auch diese Wüste mit ihren harschen Überlebensbedingungen. Außerdem gibt es noch einen Krieg, der vorangeht und ein bisschen aufgearbeitet wird durch die Geschichte des Sheriffs und das quasi einfach nur als Grundlage benutzt wird, um eben eine Welt aufzubauen, die man dann im Spiel frei erkunden kann. Es ist eine offene Welt. Ihr dürft auch alles entdecken, wie ihr das wollt zum Gameplay. Kommen wir ja gleich, wie genau ihr entdeckt es nämlich auch gar nicht so unspannt. Und was ich persönlich auch cool finde, ist, dass Gadget Punk genutzt wurde. Dazu kommen wir in der Optik auch noch ein bisschen mehr. Und Diesel Punk. Und das sind so zwei Stile, die ich noch nicht so oft in Videospielen gesehen habe und das freut mich total. Und deswegen hatte ich auch super viel Spaß damit, diese Geschichte zu erleben. Ich bin auch total viel abgeschweift und habe andere Wege genommen, habe andere Fahrzeuge genutzt, habe sehr viele Nebenquests gemacht, weil mich einfach diese Gesamtatmosphäre total beeindruckt hat. Und ich hatte das Gefühl, dass es sehr frisch ist, gerade im so Anime-Genre, aber auch generell für eine offene Welt. Außerdem kommt das Charakter-Design von Akira Toriyama nochmal besonders gut rüber, denn die Charaktere sind besonders kreativ gestaltet. Das liegt an den vielen verschiedenen Völkern. Es gibt nicht nur Menschen und Dämonen, sondern auch noch ein paar andere interessante Völker, die ich euch jetzt aber nicht spoilern möchte. Und daran, dass diese bösen Soldaten nicht nur als Soldaten charakterisiert werden, sondern auch wiederum sehr viele unterschiedliche Designs haben. Das gilt nicht so ganz für die Monster, aber generell insgesamt finde ich schon, dass Akira Toriyama sich das sehr ausgetobt hat mit seinen Designs. Das gilt natürlich für den Manga in erster Linie. Aber das wurde im Spiel halt auch sehr, sehr schön umgesetzt durch die Farben der verschiedenen Völker, durch die comic-hafte Optik. Ich finde, dass das wirklich extrem gut gelungen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es sehr viel Frisches mitgebracht hat, was man in JRPGs oder in japanischen Spielen so eigentlich nicht wirklich hat. Und das fand ich sehr schön. Zum Humor muss man sagen, es gibt sehr viel Sketch-Humor, also so Situationskomik. Aber der Humor ist auch eher kindlich. Das heißt, wenn ihr nicht so gut darin seid, über so dumme Witze zu lachen, Sachen, die einfach nur Situationskomik sind, die halt sich überhaupt nicht ernst nehmen oder versuchen, euch irgendwie durch einen schlauen Witz zum Lachen zu bringen, sondern die einfach plump sind, dann ist es vielleicht nicht so euer Humor. Aber ich persönlich finde das total lustig. Und die Komik, die eben nicht durch Worte erzählt wird, sondern durch die Gesichter und durch die Reaktion der Figuren im Hintergrund. Manchmal reden Figuren miteinander und dann sieht man halt, wie eine dritte Figur irgendwie eine bestimmte Reaktion macht, die man von der Figur erwartet, aber irgendwie nicht in dieser Szene und so. Eine Sache, die nicht ganz so erfrischend und eigentlich eher gängig ist, ist das Kampfsystem. Zumindest was den Echtzeitkampf mit Beelzebub angeht. Der kann nämlich einfach seine Standardattacke, er kann nicht blocken, sondern nur ausweichen und hat dann auch so ein Rädchen mit ganz vielen besonderen Fähigkeiten, die dann auch eine Animation bekommen. Beelzebub verbraucht keine Ausdauer, was ich persönlich schon mal sehr angenehm finde. Allerdings braucht er schon gerade für seinen stärkeren Angriff, manchmal ein bisschen mehr Zeit und da arbeitet man lieber mit Kombinationen. Man kann auch Kombinationen in der Luft machen, das ist natürlich alles nicht so eindrucksvoll wie bei einem Devil May Cry. Kombos werden schon wichtig, werden dann nicht mit dem Zähler angezeigt, sondern man merkt, dass man gerade gut performt anhand dem Schaden, den man ausrichtet. Außerdem gibt es Fähigkeitspunkte, die in einem weniger komplexen Fähigkeitenbaum ausgebaut werden. Beelzebub lernt nach und nach diese animierten Fähigkeiten, die ein bisschen viel Schaden machen. Da unterscheidet das Spiel auch zwischen Nahkampf und Fernkampf bei diesen besonderen Attacken. Und generell wirkt das alles ein bisschen simpel und runtergebrochen auf die Basics. Man kann auch Rau und Schief immer zur Hilfe holen in verschiedenen Settings oder für verschiedene Dinge. Schief kann dabei auch Flächenschaden machen bei mehreren Gegnern und Rau ist eher so für die Fahrzeuge zuständig. Die beiden haben sehr interessante Zusatzfähigkeiten, aber am Ende des Tages dreht sich alles so ein bisschen mehr um Beelzebub, was zumindest den Nahkampf angeht. Dass die Fähigkeitenbäume eher klein gehalten und simpel gehalten sind, ist aber überhaupt gar nicht schlimm, weil um den Nahkampf geht es meistens auch nicht, sondern vielmehr um den Kampf mit den vielen verschiedenen Fahrzeugen. Gameplay Teil 2. Die Gefährte. Man findet oder eher klaut relativ früh im Spiel einen großen Tank. Und mit dem wird auch ordentlich und viel gekämpft. Und dann sammelt man nach und nach noch mehr Fahrzeuge und man kann von denen immer nur sechs Stück mitführen, aber diese Fahrzeuge sind wirklich das Herzstück in dem Kampfsystem. Sandland ist ja eine offene Welt und dementsprechend sehr, sehr groß. Das heißt, ihr braucht diese Fahrzeuge, um durch verschiedene Wüsten, Landschaften zu kommen. Beispielsweise braucht ihr einen Sprungbott, um Felsen hochzuklettern, um hochgelegene Orte zu erreichen. Wenn ihr an Dungeons kommt zum Beispiel, müsst ihr eher aussteigen und zu Fuß weiter. Und in Dungeons gibt es dann meistens noch so kleine Rätsel. Die sind auch am Ende genauso in meinem Eindruck geblieben, wie ich das bei der Vorschau erklärt habe. Deswegen erkläre ich das nicht nochmal. Was den Rest angeht, so gibt es natürlich nicht nur normalen Sand, wo man halt lang fährt, sondern auch Treibsand. Da braucht man zum Beispiel ein Motorrad für, denn das Motorrad ist besonders schnell, weil man teilweise schon sehr lange Strecken hinter sich legen muss. Und da mit dem Tank rumzutuckern, ist meistens schon ein bisschen langweilig, beziehungsweise sehr langatmig. Ich finde das nicht so schlimm, weil es tatsächlich sehr viel zur Atmosphäre beiträgt. Und wenn ich mir so eine Wüste vorstelle, die riesig ist, dann will ich auch ein bisschen diese Größenverhältnisse richtig haben. Und das macht Sandlands sehr gut. Dazu kommen wir gleich im Kapitel Welt nochmal. Aber generell muss ich schon sagen, dass ich finde, dass diese Strecken zu fahren zwar auch langatmig sein kann, später mit dem Motorrad nicht mehr, aber es ist auch Teil der Erfahrung. Und ich finde, dass es an dieser Stelle Geschwindigkeit rausnimmt, gar nicht mal so schlimm. Trotzdem müsst ihr euch auf lange Fahrtwege einstellen. Das gehört mit dazu. Auf diesen langen Fahrtwegen werdet ihr leider auch, und das ist ein großer Minuspunkt, den gleichen Gegnertypen und Gegnern begegnen. Das hemmt so ein bisschen die Erkundung dran, wobei ich immer noch sagen muss, dass mir die Erkundung am meisten Spaß gemacht hat bei Sandland. Auch diese Geschichte und alles drumherum mich sehr zum Erkunden motiviert. Trotzdem trifft man halt schon sehr oft auf die gleichen Flugdinos, normale Dinos in verschiedenen Farben und Skorpione. Ich glaube, das sind so die gängigen Gegner. In der Demo gibt es auch Löwen, aber dass da jetzt noch ein Löwe irgendwie dazukommt, finde ich jetzt auch nicht so krass. Und Krokodile gibt es auch und sowas. Aber die ändern sich halt dann wirklich nur in der Farbe. Ich fand es am Ende jetzt nicht so schlimm, aber es ist auf jeden Fall ein negativer Punkt, der auffällt. Einfach, weil diese Fahrzeuge zum Beispiel so vielfältig sind und so schön und da einfach viel passiert. Und es ja auch super viele Dämonen gibt. Und ich glaube, das Design ist an jeder anderen Stelle so viel cooler, dass das schon auffällt, dass die Gegnertypen dann so eintönig wirken. Aber mal davon ab, zurück zu den Fahrzeugen. Die Fahrzeuge kann man mit ganz vielen verschiedenen Gadgets, deswegen Gadget Punk, mit ganz vielen verschiedenen Werkzeugen ausrüsten. Man sammelt auch ständig neue Schrottteile, die man dann verarbeiten kann. Oder man sammelt halt gleich Geschosse oder verschiedene Bauteile für die verschiedenen Fahrzeuge und die kann man dann direkt ausrüsten. In Enns Werkstatt kann man die auch relativ schnell aufwerten, die Fahrzeuge selbst. Und man muss auch genug Dinge sammeln, um ein neues Fahrzeug, sobald man einen Bauplan dafür hat, selbst zusammenzubauen. Diese Baupläne erhält man bei verschiedenen Händlern, die findet man aber teilweise auch bei bestimmten Kämpfen, wenn es Bosskämpfe sind, wenn es wichtig für die Geschichte ist, findet man die an entsprechenden Stellen. Ich finde, das ist schon viel so Kleinkram. Und es nervt manchmal auch, weil man zum Beispiel irgendwie immer so 25, weiß ich nicht, Metallstücke braucht. Und die muss man dann aber erst mal verarbeiten. Und die kriegt man, diese Metallstücke stellt man her, indem man ganz viele Dinos zerstört. Und das hat schon ein bisschen so einen unangenehmen Mobile-Game-Faktor. Aber ich muss sagen, am Ende des Tages hat mir das schon ein bisschen Spaß gemacht, weil ich fand es erstaunlich, wie gut das geordnet war. Also wie schnell man verstanden hat, aha, diese Bauteile kriege ich zum Beispiel von den Dinos, die andere kriege ich von den Skorpionen, die kriege ich nur von den Krokodilen und so weiter. Und vielleicht war deswegen das Design auch so eintönig, weil man dadurch viel besser versteht, welche Materialien man braucht, wie man sie verarbeiten muss und wie man die dann in das Fahrzeug einsetzt. Aber es ist schon alles sehr kleinteilig und gerade, weil das Design auch nichts unterscheidet, sondern weil man immer so eine Liste an Materialien bekommt, ist es schon ein bisschen viel Input. Und das hätte man irgendwie noch schöner gestalten können, auf jeden Fall auf so einer benutzerfreundlichen Ebene. Da hätte man vielleicht auch noch so einen Twist reinbringen können, der ein bisschen mehr Spaß macht. Aber so insgesamt fand ich es total cool, meine Fahrzeuge aufzuwerten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, daran rumzuwerkeln. Später könnt ihr eure Fahrzeuge auch noch farblich anpassen und ihr könnt mehrere von dem gleichen Typ bauen. Zum Beispiel könnt ihr auch zwei Tanks haben. Ich weiß nicht so richtig, was es bringen soll, aber wer Spaß daran hat, kann das halt einfach machen. Und allein, dass es diese Option gibt, finde ich irgendwie ganz cool. Am Ende kann man aber, wie gesagt, nur sechs Fahrzeuge mit sich tragen. Diese Fahrzeuge können und sollen dafür genutzt werden, um auch mit ihnen gegen andere zu kämpfen. Diese Tank-Schlachten, die teilweise auch sehr gut inszeniert sind, machen extrem viel Spaß. Wie gesagt, der Humor macht es auch noch mal kindlicher. Wer also hier wirklich eher was Ernsteres und Düsteres sucht, der ist vielleicht bei Sandland nicht ganz so richtig. Wobei ich sagen muss, da haben mich noch ein paar andere Sachen sehr überrascht, was diese Tiefgründigkeit angeht. Kommen wir mal kurz zur Welt. Sandland ist nicht nur ein Sandland. Ihr habt sehr viele verschiedene Elemente und sehr viele verschiedene Biome in diesem Spiel. Und die Geschichte hat auch ganz viele Wendungen und Twists, die wirklich unerwartet kommen, die auch sehr emotional sind und wo ich mich viel gewundert habe. Deswegen habe ich das jetzt erst mal aus und vor bei der Geschichte gelassen. Ich möchte euch da auch wirklich nicht spoilern, aber ich war sehr überrascht und sehr fasziniert davon, wie sehr man auch mitgerissen wurde, obwohl alles sehr leichtherzig und bunt und kindlich gehalten wird. Man merkt schon, dass da der Dragonball-Schöpfer mit dran beteiligt war. Diese vielen verschiedenen Biome sieht man auch an anderen Stellen. Also selbst die Wüste hat viele unterschiedliche Farbgebungen. Man ist halt manchmal in einer sehr hellen Wüste, die diese Hitze ausstrahlt. Dann kommt man eher in schattige Gebiete. Dann gibt es noch Treibsand. Es gibt durchaus viele Jump'n'Run-Passagen innerhalb dieser Felswände, wo man auch nochmal irgendwie das Gefühl hat, dass da eine Abwechslung in diesem sandigen Steinigen stattfindet. Es gibt aber auch dann wiederum sehr viele Schrottplätze und sehr viel Metall. Auch was die Soldaten und die Militärbasen angeht, die sind auch nochmal sehr anders gestaltet. Die haben so eine andere Materialistik und das spiegelt sich im Design sehr, sehr gut. Es gibt aber auch viele Gegenden, auf die möchte ich halt nicht so viel eingehen. Die möchte ich euch jetzt aber auch nicht wirklich großartig zeigen, die wirklich sich stark unterscheiden. Die dann viel Gras beinhalten, viel Wasser, viel Idylle, viel dieses Oasen-Feeling. Was aber das Herzstück unseres Sandlands ist, ist die Stadt Spino. Es gibt generell ab und zu mal Städte, die sind alle nicht sonderlich kreativ, aber Spino ist besonders, weil das die Stadt ist, die Bilsebub, Schief und Rau und Anne zusammen aufbauen. In Spino führen alle Nebenquests quasi wie ein Knoten zusammen und deshalb macht es so Spaß, Nebenquests bei Sandland zu machen. Ich fand das Quest-Design von Sandland unglaublich schlau, weil einerseits ist es halt wie das typische Open World, wo man einfach nur rumfährt und dann passieren nebenbei noch Sachen und man macht so Fetch-Quest-artige Sammelaufgaben, sowas wie rette halt einfach diesen einen Händler, der immer gleich aussieht und von unterschiedlichen Monstern angegriffen wird, um bestimmte Sammelgegenstände zu erhalten oder man findet hier und da mal kleine Höhlen, wo dann drei Schatzkisten stehen oder kann auf so mit seinem Sprungbord oder auf so Felsen springen, wo dann auch noch mehr entweder Erzmetalle oder eben Schatzkisten rumstehen. Das sind halt so diese Kleinigkeiten. Ein paar von diesen Sammelgegenständen sind tatsächlich auch nervig, weil die Ausrüstungssysteme von den Fahrzeugen zum Teil halt auch so Farbcodierungen haben mit was ist selten, was ist ungewöhnlich und was ist ein normaler Gegenstand. Dann gibt es noch irgendwie epische Gegenstände, glaube ich. Und das wird schon so ein bisschen nervig bei der Ausrüstung, weil ungewöhnlich und selten manchmal auch einfach austauschbar sind und nicht so wirklich gute Statistiken haben. Man guckt halt einfach, okay, was ist jetzt das Beste und klickt drauf und macht es so ein bisschen kopflos. Aber dafür gibt es auch viele Nebenquests, denen man entweder zufällig begegnet, weil plötzlich ein Sternchen auf der Karte auftaucht oder die man tatsächlich absichtlich macht, weil ein NPC in der Hauptgeschichte darauf hinweist. Und so fährt man schon gerne raus, um diese größeren Nebenquests zu erledigen. Da lernt man verschiedene Geschichten von so einzelnen Bewohnern von Sandland kennen und diese Geschichten sind tatsächlich extrem gut geschrieben. Ich erinnere mich an eine Quest mit einem kleinen Mädchen und ihrem Vater. Die zeige ich euch nicht, die könnt ihr selber finden. Aber die haben beide halt wichtige Menschen verloren und wollen sich beide umbringen, also das kleine Mädchen und der Vater. Und Beelzebub ist gar nicht so daran interessiert, Menschen auf einer emotionalen Ebene zu helfen. Der macht halt einfach sein Ding und hilft dabei so aus Versehen immer. Und das finde ich irgendwie auch immer richtig süß. Aber ja, wir schaffen es am Ende vielleicht, je nach Entscheidung, die ihr auch trefft, also man muss manchmal so Ja oder Nein-Entscheidungen einfach anklicken, die beiden wieder zu versöhnen. Und dann kommen die zwei in Spino, also in diese Beelzebub-Stadt und leben dort einfach zusammen. Und man hätte aber auch dafür sorgen können, dass sich einfach der Vater zum Beispiel umbringt. Und das war irgendwie, es hat mich total überrascht, weil der Rest ist so bunt und happy und so kindlich. Und dann hat man zwischendurch halt wirklich sehr, sehr tiefgründige Geschichten, die auch Sinn machen in dieser Welt, weil die Überlebensbedingungen einfach sehr harsch sind. Durch die einzelnen Schicksale merkt man dann schon, wie dystopisch diese Welt eigentlich ist, auch wenn die Hauptgeschichte manchmal ein bisschen absurd wirken kann. Aber nicht nur die Nebenquests waren unerwartet cool, sondern Sandland hat auch noch ein bisschen mehr zu bieten. Kommen wir noch ganz kurz zur Optik und zur Performance. Ich habe Sandland auf dem PC getestet und die meiste Zeit, weil ich viel unterwegs war die letzten Wochen, auf dem Steam Deck. Ich weiß gar nicht, ob Sandland eine offizielle Optimierung hat. Ist auch egal, es läuft wunderbar. Es passt mit dem Layout, was da Standard eingegeben wird, einwandfrei. Mit der Tastatur würde ich euch das absolut nicht empfehlen. Dafür hat Sandland einfach zu viele Optionen, die man im Kampf zum Beispiel auch braucht. Das ist einfach nicht so bequem. Da empfehle ich euch einfach einen Controller zu nutzen auf der PlayStation 5. Da habe ich die Demo gespielt. Lief auch alles super. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es auf der PlayStation schlecht läuft. Also generell eine super gute Performance. Was ich sehr mag, ist diese Comic-Optik. Dieser leichte Cell-Shading-Look, aber auch nicht so richtig. Und generell diese offenen Welten sind sehr gut gemacht. Was ich ab und zu nur mal hatte, sind so ein bisschen nicht glitschende, aber nicht ganz so smart programmierte Tiere in der Welt. Die sind manchmal ein bisschen eigenartig hin und her gelaufen. Und ansonsten finde ich auch, dass sich Baner Namco hier für die Unreal Engine entschieden hat. War eine sehr gute Entscheidung. Das Spiel sieht nämlich generell sehr, sehr gut aus. Wem diese Optik nicht zusagt, da kann ich jetzt auch nichts bewerten. Es ist halt einfach eine Geschmacksfrage, ob man diesen Comic-Steal mag oder nicht. Aber ich glaube, wenn ihr Dragon Ball mögt, dann sehe ich keinen Grund, warum man Sandland irgendwie hässlich finden sollte. Eine weitere Sache bei der Optik, die mir besonders gut gefallen hat, und zwar richtig, richtig gut, waren die Größenverhältnisse. Ich fand es extrem spannend, wie das Entwicklerteam es geschafft hat, Beelzebub, den man die ganze Zeit ja steuert, in Verhältnis zu setzen mit den Fahrzeugen, die er benutzt. Und dann die Welt darum zu bauen, auch eben, dass man das Gefühl hat, diese Klippe ist wirklich zu groß für Beelzebub, aber wirklich genau richtig für den Sprungbord. Und in so einer offenen, weiten Welt könntet ihr euch jetzt denken, hä, das ist doch Anna, was laberst du, ist doch klar. Das stimmt, in so einer offenen Welt fällt das nicht so auf, aber sobald man in geschlossene Räume und die Dungeons kommt, war ich wirklich erstaunt darüber, wie gerade auch so wie gut platziert so teilweise die Buchten waren, dass man drüber springen konnte, aber wirklich nur mit dem richtigen Gerät. Wie smart einfach, also die Größenverhältnisse, einfach gut, einfach sehr gut umgesetzt. I loved. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Kommen wir doch mal zum sonstigen Gameplay. Es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Spielelemente. Dazu gehören auch die NPCs, die man für Spino anwirbt, beispielsweise gibt es eine Figur, wenn sie in eure Stadt kommt, könnt ihr Beelzebubes Raum gestalten. Also eine Art Mini-Animal-Crossing, in dem man verschiedene Möbel ausrüsten kann, designen kann, farblich anpassen kann und so weiter. Es gibt auch einen NPC, der dafür sorgt, dass ihr eure Fahrzeuge farblich so anpassen könnt, wie ihr wollt. Diese kreative Freiheit, die da einem gegeben wird, habe ich irgendwie auch wiederum nicht erwartet. Und belebt Sandland ja auch natürlich, weil man dann wirklich das Gefühl bekommt, hey, Beelzebub und seine Freunde und die Menschen dort haben so ein richtiges Leben. Was es aber auch gibt, innerhalb der Geschichte, wenn ihr zum Beispiel gar keine Nebenquest macht, gibt es immer mal wieder Genrewechsel. Zum Beispiel muss Beelzebub manchmal so Jump'n'Run-Passagen machen, um weiterzukommen. Es gibt auch ganz viele Rennspiele, Quicktime-Events, Stealth-Passagen, wo es nur darum geht, sich zu verstecken. So was. Und das ist irgendwie eine coole Abwechslung, weil man halt nicht die ganze Zeit nur rumfährt und dann vielleicht doch mal aus dem Tank aussteigt, um Abwechslung reinzubekommen für die Kämpfe, sondern man hat während der Geschichte super viel Abwechslung, was das Gameplay angeht. Und dadurch umgeht Sandland dieses eintönige Hin- und Herfahren und immer das Gleiche machen. Und das finde ich ziemlich cool. Also es ist jetzt auf jeden Fall im Gameplay-Bereich nicht so, dass Sandland irgendwie die offene Welt neu erfindet oder so was. Aber so als Action-Adventure funktioniert es extrem gut und ich finde, da wurden genau die richtigen Entscheidungen getroffen, was Kürzungen angeht. Elemente wie einen Fähigkeitenbaum super simpel zu halten, um dann ein neues Element reinbringen zu können, damit es halt auch nicht überfordert. Ich finde diese Balance zwischen den verschiedenen Genres ziemlich gut gelöst, weil man schon hauptsächlich eben diese Erkundung im Fokus hat, aber dann ganz viele kleine Elemente, in denen man sich verlieren darf, aber überhaupt nicht muss. Man kann Sandland super gut nur mit der Hauptstory spielen. Ist ein bisschen schade, weil Spino dann sehr darunter leidet, weil mit jedem NPC, und das ist auch sehr gut gelöst, meiner Meinung nach, mit jedem NPC, der durch eine Nebenquest in die Stadt kommt, erweitert sich ja auch das Portfolio an Bequemlichkeiten. Aber nicht nur an Bequemlichkeiten, sondern auch an Optimierungsmöglichkeiten für den eigenen Spielstil. Und das finde ich wirklich smart. Und das rechne ich Sandland wirklich hoch an. Das Team hat sich schon sehr viele Gedanken darum gemacht, wie man dieses öde, sandige, durch andere Elemente im Spielbereich ausbauen kann. Weil ich Sandland gerade sehr, sehr hoch lobe. Also ich hatte auch wirklich super viel Spaß damit, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt so ein paar Elemente, die mich so ein bisschen verwirrt haben. Und ein paar, die natürlich einfach spielerisch dann doch nicht so optimal waren. Eins davon habe ich ja schon genannt, das Gegner-Design. Das zweite ist so ein bisschen, die Synchro ist ultra gut. Aber die sagen während der Erkundung, während man halt mit den Tanks auch super lange Strecken fährt, schon sehr auf die gleichen Sachen. Und das nervt so ein bisschen. Da hätte ich mir entweder gewünscht, dass man halt wirklich gar nichts sagt, weil ich finde, da müssen auch nicht ständig Gespräche rein. Oder dass die sich vielleicht mal überlegt hätten, dass sie wenigstens Sprüche für ein Gebiet neu aufnehmen. Oder beziehungsweise neu schreiben. Weil das war schon in jedem Gebiet genau das Gleiche. Wenn ich an der Höhle vorbeikomme, dann sagt Chief immer den gleichen Satz. Und wenn ich irgendwie eine Schatzkiste sehe, sagt Rau auch immer das Gleiche. Das ist schon ein bisschen nervig. Was ebenfalls nicht ganz so beeindruckend ist, wie man es jetzt vielleicht aus meiner Erzählung mitnehmen könnte, wären die Kämpfe selbst. Gegen so kleinere Bosse sind nicht so besonders abwechslungsreich. Also man kann schon ein paar Kombos machen mit Beelzebub. Aber so an sich sind die immer gleich aufgebaut. Egal ob es ein Zwischenboss ist, ein größeres Wüstenmonster oder halt die kleinen Wüstenmonster. Das gilt auch für die Fahrzeuge. Manchmal muss man für eine Hauptgeschichte eine längere Strecke fahren. Da muss man dreimal den gleichen Typ Boss besiegen oder den gleichen Typ von Gegner, bis man zum Boss kommt. Das wird repetitiv und langweilig. So zwischendurch mal. Es ist nicht so, dass sich das zu lang zieht. Das ist das Gute daran. Für die Hauptgeschichte muss man nie zu lang einen Bereich machen. Man kommt da gut durch, selbst wenn er langweilig ist. Aber das war schon ein bisschen schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Und ja sowas. Also diese Langatmigkeit kam schon oft auf. Es ist jetzt nicht so, dass alles super kreativ und super neuartig vonstatten ging. Generell wirkt das Spiel auch nicht so, als würde es viel neu erfinden. Es macht einfach einen guten Job, vieles gut zu balancieren. Und besonders interessant fand ich halt, dass das Spiel viele Elemente, die man irgendwie nicht erwartet, miteinander vereint. Es gibt auch eine Stelle, wo man mit so großen Tanks einfach, wie bei Takeshi's Castle, kennt ihr Takeshi's Castle? Da gibt's doch immer auch diesen einen General, der besonders viel aushält. Und diese anderen Teilnehmer, die dann gegeneinander schießen und die müssen immer diese Papierdinger kaputt schießen. Man muss bei Sandland keine Papierdinger kaputt schießen, aber es gab einen Kampf in der Hauptstory, wo sich das wirklich angefühlt hat wie bei Takeshi's Castle. Und das ist auch wieder so ein Humor, den ich sehr mag und der sehr unerwartet kam, aber auch irgendwie total perfekt in dieses Setting passt. Also damit überrascht das dann schon immer wieder. Und, ach ja, über die Musik müssen wir natürlich auch reden. Die Musik ist nicht so ein klassisches JRPG-Ding. Irgendwie fand ich das cool, dass sie das gemacht haben, aber man merkt schon, dass sich das komisch anfühlt, so ein japanisches Spiel ohne dieses coole, klassische japanische Soundteam zu haben. Der Sound und die Musik von Sandland, von der Wüste, sind eher so psychedelisch fast schon, würde ich sagen. Also eher minimalistische Töne mit Instrumenten, die man irgendwie auch nicht erwartet an vielen Stellen, aber auch irgendwie spannend und einzigartig. Aber jetzt nicht so krass episch oder so. Also nicht so, dass ich sagen würde, boah, ja, das ist der Soundtrack, den ich mir sofort auf allen Plattformen kaufen möchte, sondern er ist sehr eigen und macht er auch so ein paar coole, interessante neue Dinge. Ich schwanke beim Soundtrack schon sehr zwischen eigenartig und einzigartig, aber irgendwie auch cool, dass man sich einfach getraut hat, das zu machen. Das passt auf jeden Fall sehr zu dem Schauplatz, also egal, wo man gerade ist. Ja, ich habe schon ganz viele Eindrücke mit euch geteilt, also können wir jetzt auch gleich zum Fazit drüber kommen. Mir hat Sandland wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Titel, der untergehen wird bei sehr vielen, der aber vielleicht bei euch, wenn ihr gerade so auf frische Schauplätze, die noch nicht so oft benutzt wurden in Videospielen oder einfach mal auf so eine ganz neue und leichte Experience steht, solltet ihr das auf jeden Fall nicht übersehen. Das Spiel geht ungefähr 20 bis 25 Stunden lang. Ich glaube, wenn ihr besonders gründlich sein möchtet, könnt ihr das bestimmt strecken auf 40, schätze ich mal. Aber so insgesamt ist es eher so ein kleinerer Snack für zwischendurch. Sehr viel Leichtigkeit mit ein paar coolen Überraschungen, was dann doch irgendwie so eine schwierigere Note einbringen. Ihr solltet bei Sandland jetzt vielleicht nicht das nächste große Meisterwerk erwarten. Aber ihr könnt schon so eine One-Shot-Story, passt da sehr gut zu. Und ich persönlich fand es sehr erfrischend. Für mich war Sandland das, was ich wollte, dass Princess Peach ist. Ich mache jetzt einen Riesensprung hier an der Stelle, aber es sind beide so kleine Happen für zwischendurch. Und bei Sandland ist aber viel Qualität mit drin, die ich tatsächlich nicht erwartet hätte. Ich machte zum Beispiel von Bandai Namco One Piece Odyssey auch sehr letztes Jahr. Und Sandland ist nicht ganz so groß und bombastisch und ist natürlich auch kein rundenbasiertes Rollenspiel. Es ist nicht miteinander zu vergleichen. Ich mache diese Vergleiche auch nur, damit ihr ein Bild davon bekommt, wie sich das anfühlt. Nicht unbedingt, um einzelne Elemente miteinander zu vergleichen. Aber genau das hat mir Sandland gegeben. Einen erfrischenden Snack für zwischendurch, wenn man zwischen zwei großen, epischen RPGs vielleicht gerade hängt oder keinen Bock mehr hat irgendwie auf den Multiplayer und mal so einen kleinen Singleplayer für zwischendurch braucht. Und gerade wenn man auf Gadget Punk oder Diesel Punk steht, das sind so zwei ästhetische Elemente oder Stereotype, Archetypen, die in Medien schon ab und zu mal genutzt werden, aber nie so für sich alleinstehend. Und deswegen fand ich das schon sehr, sehr cool. Ich mag auch einfach Wüsten. Also wenn ihr Dune mögt, könntet ihr Sandland auch mögen. Das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich die Erkundung. Und ich mag auch den Stil sehr. Auch wenn ich das Level manchmal einfach ignoriert habe, weil man schon ganz gut und easy durchkam, muss ich schon sagen, ich hatte halt dieses Gefühl von, ich will immer mehr aufsteigen, um immer mehr zu entdecken. Ignoriert Sandland nicht, gerade wenn ein paar der genannten Stichpunkte euch irgendwie ein kleines Funkeln in eure Augen gezaubert hat, dann schaut das bitte unbedingt, gerade wenn ihr Dragonball-Fans seid, wobei ihr hier nicht so ein episches Kampfding erwarten könnt. Also es gibt schon ein paar coole Szenen mit Beelzebub. Der hat auch irgendwie eine coole Power und das ist alles sehr schon gehalten. Aber es ist sehr eigen. Also gerade wenn ihr so experimentelle Sachen mögt und mal was Neues ausprobieren wollt in diesem Genre, dann ist es auf jeden Fall was für euch. Wenn euch der Stil nicht anspricht und so oder der Humor euch zu kindlich ist, auch schon in der Anime-Serie, dann halt nicht. Also da werdet ihr bestimmt auch nicht bis hierhin geguckt haben. Ansonsten sagt mir sehr gerne, was ihr von Sandland bisher gehalten habt. Vielleicht habt ihr ja schon den Manga gelesen und den Anime gesehen. Vielen Dank, dass ihr dieses Video bis zum Ende geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!